hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge forest village hier in unserem verschneiten flobler wir haben winter wir ja noch das ein oder andere zu terraformen haben ich denke mal die leute kriegen das auch hin nach und nach zumindestens jetzt gerade selber erstmal gucken sechs leute haben wir noch werden noch benötigt also und das haus das wollte ich ganz gerne mal ausbauen dafür fehlt uns aber stroh als er trotzdem befehligen aber die quasi obdachlos gemacht aus dem einfachen grunde weil blöd ja das war blöd haben wir mit gedacht also ich nicht ja sicherlich ich nicht wo haben wir denn hier heu sammeln einmal als auftrag erteilen dann können wir hier mal ein paar leute diesbezüglich dafür abdreher abtreten ich habe gerade so ein bisschen das gefühl gehabt dass das spiel gerade ein bisschen rumleckt Die leckt gerade ein bisschen rum. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Hm, eigenartig. Warum leckt das Spiel jetzt rum? Das alte Leckerli. So, unsere Mühle geht's gut. Ja, denen geht's super. Ach, siehste. Und ich hatte ja in den Kommentaren gelesen, ich solle doch Gemüsepaste herstellen. Kann ich das denn überhaupt? Edelhammer. Ja, dann machen wir das. Also mit den Eiern eben halt ein bisschen schneller sein. Hier haben wir es ja schon gemacht. Wunderbar. Ja, was leckt er denn jetzt hier so rum? Auf die zwei runterschrauben? Hat er gerade ein bisschen zu viele Daten anscheinend. Ja, wir haben hier Obdachlose. Wir haben hier keine Leute, die sich gerade dafür interessieren, die Obdachlosen dort dagegen zu bekämpfen, dass die Obdachlos sind. Hier fehlt's noch an Arbeitsstunden. Hier fehlt's noch an Arbeitsstunden. Ach, der Flachs fehlt den. Muss ich mich mal kurz räuspern. So, kleinen Moment. Ich muss mal räuspern. Und da sind wir wieder. So. Ja, na, wenn die sich hier nicht langsam mal kümmern, dann werden wir gleich wieder ein paar Tote haben. Aus dem einfachen Grunde, weil ja hier die Bauarbeiter sich einen Scheiß drum kümmern, was hier nun passiert. Ach, und da drüben hatten wir auch noch einen Scheiterhaufen. Ne, hab ich... Ach, diese, den hab ich komplett vergessen. Ähm, Klammer abreißen. So, und dann haben wir dann hier die Fläche auch begradigt. Wunderbar, da fehlt's dann hier hinten nur noch an der Fläche. Dann... Äh, müssen wir uns quasi nach hier vorne weiterarbeiten. Was ich ja schon mal gesagt hatte. Und zwar... Schauen wir mal hier. Problem ist, jetzt ist es natürlich dunkel. Da sieht man ja wieder so richtig viel. Das freut mir. Na gut, ich warte erstmal ab. Gucken, was hier passiert. Na gut, hier wurde zumindest schon mal Holz herangetragen. So, ich beschleunige jetzt nochmal die Zeit. Mensch, irgendwas stimmt heute mit meiner Stimme nicht. Irgendwas haut hier nicht grad hin. Moment. So, mal kurz einen Schluck getrunken. Ja, natürlich, jetzt haben sich die Fischer zu Tode gehungert. Ist ja klar. Aber was willst du machen? So. Der Fischer hat sich zu Tode gehungert? Zu Tode gehungert. Zwei Stücken. Trotz alledem sind aber zwölfe drin. Na, was ist denn hier los? Ja, das soll ja mal jemand mal erklären. Hm. Mysteriös. So. Hier, das wird ja noch gemacht. Hier fehlt's noch. Ähm, ich kann aber sicherlich jetzt noch nicht... Doch, kann ich, oder? Ne, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann's schon machen, dass ich sagen kann, hier, ich möchte ganz gerne... Aber nein, das lässt mich das Spiel noch nicht... Nicht tun. So ein böses Spiel. So, gut, ähm... Kannst ich hier nicht bauen? Ich will hier noch nicht bauen. Ich will hier einen Landschaftsbau machen. Kann ich hier nicht bauen? Hä? Die ganze Stelle kann ich nicht bebauen. Warum nicht? Die Grundfläche an- und absenken. Hä? Ach, na, weil hier noch Landschaftsbau zu tätigen ist. Okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das ja alles komplett logisch. So. Jugendliche hat sich zu Tode gehocken. Ja, okay. Jugendlichen. Klingt zwar blöde, aber da habe ich genug. Da habe ich eher das Problem, dass ich noch eine Schule bauen müsste. So, jetzt gucken wir uns das mal alles hier drüben an. Sammler braucht man die Jäger, braucht man die Jäger, braucht man die Jäger, das brauchen wir alles gerade nicht. In der Mühle brauchen wir auch gerade keine, weil wir keinen Weizen haben. Wenn wir dann ab der nächsten Periode auch ändern, dann wieder Weizen haben. So, genau. Da fällt mir doch direkt was ein. Achso, nee, da möchte ich erst noch warten, bis wieder Frühling ist, dass ich dann alles mal alles hier wieder sehen kann. Und hier die Arbeiten eventuell vorangehen. Genau, so. So, euch kann ich erst mal wieder entlassen. Dann könnt ihr mir zusehen, dass hier mal Fläche wird. Aha, gut, jetzt kommt langsam der Frühling ins Spiel. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ja, wir sind die Sammler. Hier sind die Sammler. So, Biene. Biene. So, da haben wir das, 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 das. Ja, okay, eigentlich hätte ich auf die verzichten können. So hoch, wo logisch. Ja, gut, ich denke mal, die für eine Aufteilung, okay, passt das jetzt erstmal gerade so ganz gut. Beziehungsweise, ich haue. Ich hole jetzt nochmal die Fischer hier raus. So, was ist denn hier? Hier fehlt noch ein bisschen Heu. Da hat man ja den Auftrag schon erteilt gehabt. Dass wir Heu sammeln gehen sollen. Mal gucken, inwiefern sie es machen. Das sieht gut aus hier. Na ja, guck mal, die tragen alle Heu rein. Das funktioniert. So, hier fehlt es noch an Arbeitsstunden. Ach, guck mal, den haben sie jetzt weggeräumt. Das ist super. Da müssen wir jetzt nur warten, bis die Arbeitsstunde hier vollrichtet ist. Und dann können wir das nämlich hier auch noch einebnen. Und dann, ja, da müssen wir mal gucken, wie wir es hier eben halt machen. Wir haben ja die Rohstoffe wie Holz, Erz, Lehm und Stein haben wir ja alle hier hinten. Ach, hier wird schon, guck mal, hier wird schon, hä? Also, ich wollte gerade sagen, jetzt sind die schon fertig, aber nee, das stimmt ja nicht. So, kommen die jetzt eigentlich hier noch rein oder nicht mehr? In die Lehmbude? Ja, kommen sie. Okay. So, das möchte man ja alles mal ein bisschen mit bedenken. Ach, und das Lager haben die. Okay, das Lager hatte ich schon im Auftrag gegeben, dass sie das abbauen sollen, okay. Ja, sowas muss man ja alles wissen. Das muss man ja alles wissen. Das muss man ja alles mit planen. So, hier fehlt es jetzt an zwölf Arbeitsstunden. Die, ich denke, jetzt vollrichtet werden. Na, das sieht doch gut aus, hä? Entschuldigung. Na, ein hartnäckiger Frühling, in dem es immer noch so kalt ist. Ist ja fast wie aktuell. Wobei, geht bei uns, von den Temperaturen geht es ja bei uns. Aber ich denke mal, der April, der wird dann sicherlich nochmal ordentlich reinschlagen. Naja, schauen wir mal. So, da gucken wir mal unseren Bauarbeitern zu, wie sie hier noch eine zweite Etage draufzimmern. Finde ich eigentlich immer ganz faszinierend und ganz niedlich. Da haben wir hier für die Bauern und für die Fischer direkt nochmal was geschaffen. Was so nicht geplant war, aber okay, was willst du machen? So, damit ist das Haus fertig. Schön. Und ja, ich hatte gerade überlegt, ob man vielleicht hier doch noch ein zweites Haus daneben setzt. Äh, das Problem ist bloß, man müsste dann halt gucken, was da Fehler dort drüben ist. So, beziehungsweise es nochmal verlängern nach, was soll der Geiz, wir lassen es so. So ist doch okay. Gut, ähm, so, das wird hier alles langsam bestellt. Die Kartoffe, also die, die, der Acker wird hier langsam, äh, gemacht. Wunderbar. So, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ach ja, genau. So, ähm, wir müssen erst mal gucken, was denn jetzt hier wird. Hier fehlen noch ein paar Arbeitsstunden. Hier hinten fehlen noch Arbeitsstunden. Richtig, richtig. So, wir haben elf Leute jetzt gerade übrig. Brauchen wir mal einen? Okay. So, da haben wir das, 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 das. Um Nahrung wird sich gekümmert. Holzhacken brauchen wir gerade nicht. Hier haben wir auch mehr als genug. Beuterhexe, alles da, okay. Gut, da können wir die anderen 14, äh, wirklich noch dazu abstempeln, dass die jetzt erstmal sich darum kümmern, dass hier, ähm, ja, die Arbeiten vollrichtet halt werden. So, ja, die fehlt es auch noch an Arbeitsstunden, an Kroh. So. Wo ist denn die Lehmbude? Die ist hier, ne? Genau, hier, nee, das ist die Jagdhütte. Das ist die Jagdhütte. Die Lehmbude ist hier. Genau, das heißt also, ein, ein Lager wäre optimal eigentlich hier irgendwo aufgebaut. Ähm, nee, hier, ein Lager wäre optimal eigentlich hier aufgebaut, wo Holz, Lehm und Stein sich so alles so ein bisschen miteinander treffen. Ähm, das ist bloß die Frage eben halt so richtig, wo? Holz kommt von da hinten, Stein kommt von da, das geht an sich von der Strecke her. Lehm und Erze hier. Ja, Guss, Eisen und sowas kommt ja auch alles dann hier rein, ne? Ähm. Mhm. Ach, was denn, die Fläche ist jetzt fertig? Okay. Wend, ich pausier mal ganz kurz. Also, die Fläche ist jetzt hier fertig, die Fläche ist fertig, und die Fläche ist auch fertig. Okay, super, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz den Grat hier wegmachen. Was ist denn, wenn ich hier planieren drücke, reicht das? Hi, kapiert ihr das, dass wir das hier planiert haben wollen? Wisst ihr? Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. So. Noch mal den Auftrag noch erteilt. Gut, dann mache ich das gleiche Spiel mal noch, ja, auf Hoffnung, dass das funktioniert. Aha. Gut, auch das hat, ähm, auch das hat er verstanden. Super. Ja, und dann will ich das gleiche Spiel aber auch noch mal hier haben. Ähm, warte. Machen wir das mal so hier. Beziehungsweise, ja, so hier. So, ähm. Nee. Nein. Bei, was ist das jetzt? Das ist die, also das ist die Akutin, ja gut, das ist sowieso egal, weil die wollte ich ja umsetzen. So. Ja, das will alles nicht so, wie ich gerade will. So, den Auftrag kann man auch erteilt, super. Und dann, ähm, genau geht es hier hinten weiter. Und zwar würde ich ja ganz gerne hier so hin. Und dann, die, ähm, Scheune und sowas setzen wollen. Also sprich, machen wir einfach mal, bevor wir jetzt hier die Fläche, wenn wir hier die Fläche, das reicht ja auch zu. So. So, lass mal selber gucken. Okay. Warte. Na ja, Moment, wir machen es an, dass wir nehmen das hier. Wir nehmen uns dieses Tool. Da komme ich ein bisschen besser, damit es klar mittlerweile. Ähm, drüben fehlt es noch an, an der Gleichheit, wie ich doch gerade markant mitbekomme. Okay. Ähm, mhm. Achso, ja, klar. Völlig verständlich. Ja, jetzt gucken wir mal. Das ist halbwegs gerade, den Krieger. So. Okay, damit haben wir das. Und von hier aus gesehen, müssen wir das, äh, hier noch anpassen. Genau. Und dann das gleiche Spiel nochmal auf der Seite. So, dann muss ich erstmal warten, bis wieder alle Aufträge erfüllt sind. Okay. Ja, das kriegt man ja hin. So. Wenn man nämlich dann, ähm, hier hinten, hier so ungefähr, das Zeug nämlich haben, dann haben wir nämlich auch den Vorteil, dass wir dann das Lager eben halt hier hin bauen können. Genau, dann setzen wir das Lager dann quasi hier hin und, ähm, ja. Ja, ich denke mal, das dürfte funktionieren. So, die Bäcker, die können natürlich jetzt erstmal nichts machen, das ist klar. Weil denen fehlt's an, an Eiern. So, da werde ich also definitiv nochmal einen Hühnerstall nachbauen. Gut, das war euch ja sowieso klar. Ja, ihr Schlawiner, ihr wusstet das, ja? Ähm, hm, hm, hm. Weil wir wussten, mein, hier ist mein Jäger und der hat eine Reichweite von, okay. Weil ich gerade eine dumme Idee habe. Ähm, der Michael hatte mir den Tipp gegeben mit 18x19 oder irgendwie so komisch. Guck nochmal. 18x10. Wollen wir mal ganz kurz selber gucken. Wenn ich 18x10, 18x14... Selbst bei 22x14 würde man nur einen Arbeiter brauchen. Aber das würde so hier nicht reinpassen. Wäre natürlich auch nicht nur. 10x18. Ähm, wenn ich das so hier mache, 22x18. So, hier brauchst du wieder zwei Mitarbeiter. Hier, 22x14. Hm, hm, hm. Na ja. Was soll der Geiz? So, 22x23 mal 14 hat man gesagt, ne? Äh, also mal 15. So, da muss ich das so machen. Wurft ihr ja in der Hinsicht dann auch ausreichend teilen? Ja, ich denke es zumindest so. So, da passt man das natürlich den Feldern da drüben an. Äh, äh, so. Okay. Das passt. So. Ja, hier wird sich natürlich der Wald wieder relativ schnell nachvegetieren. Das ist ja klar. Ach, guck mal hier. Haben wir das schon fertig. Ging ja schnell. Da jetzt noch Aufträge hier. Das haben sie fertig. Warte mal, hä? Wie schnell waren die denn jetzt? Nein, wie schnell waren die jetzt? Jetzt haben die ja wirklich schon alles fertig hier. Das ging ja jetzt wirklich ruckzuck. Nee, hä? Nee, stimmt doch irgendwas grad nie. Hä, doch. Joch, hier sind sie schon fertig. Guck mal. Das ist ja Wahnsinn. Ähm. Drehst du dich einmal kurz weg? Dann sind die schon wieder fertig hier. Nee, nee, nee. Wahnsinn. So, 22x14. Und kann ich nicht machen, weil da drüben eine Ecke fehlt. Halleluja. So. Also nochmal. Mal gleich so hier. Mal erstmal gucken. Ähm, ungefähr so. Doch ein bisschen großflächiger machen. Das haut sonst nicht hin. Ähm. So. Ja. Das haut hin. So, da haben wir jetzt das. Ähm. Fläche haben sie ja auch schon gemacht. Die haben sie schon gemacht. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Fläche, was wir zu bearbeiten haben. Und zwar die Fläche von quasi hier. Fläche bis hier rüber. Möchte ich auch ganz gerne noch wissen, dass die auf einer Höhe ist. Aber so. Aber warum hängt der dort hinten? Ach so, wegen dem Hafen hängt der dort hinten nach. Okay. Möchte ich das mal mehr angucken. So, hier hängt der also quasi wegen dem Hafen generell nach. Äh, da können wir auch gar nichts dran machen. Oder? Ich schau nochmal. Ne. Hier. Die Fläche lässt er uns nicht machen. Okay. Gut, da haben wir jetzt das, das, das. Das heißt also, ich werde jetzt eins machen. Ich werde den Auftrag erteilen, dass wir nicht hier eine Scheune bauen, sondern hier so ein so ein formschickes, äh, Hütchen bauen. Und zwar, aber genau so. Ähm. Aber jetzt muss ich erstmal selber kurz überlegen. Ähm. Und zwar setze ich hier diesbezüglich den Weg ran. Oder? Hier ist der Weg. Hier kommt der Weg hin. Ne? So, das ist klar. So, Weg, Weg, Weg. Warte mal, ich mach mir das mal ganz kurz als, als Information. So. Oder beziehungsweise als Punkt, dass ich das sehe. Jetzt baue ich mein Lagerhaus nämlich da ran. So. Okay. So, und zwar Möglichkeit hier hin. Da haben wir das. Und neben das Lagerhaus werden wir noch eine, hier werden wir keine Scheune setzen, weil das Lagerhaus dient ja rein nur dafür da, dass das, genau, also dass das Zeug ja dort da reinkommt. Ist ja, denke ich mal, verständlich. So, dort kommen sie ja, denke ich mal, noch rein. So, dann gleich mal gucken. So, ähm, erstmal ganz kurz Weg. Hier können wir auch noch, naja, halbwegs Weg bauen. Wieder zurück? Ne. Okay, ähm, was ist denn, wenn ich sage, ich möchte jetzt ja hier einen Weg haben, dann läuft der so rum. Okay. Gut, hab ich persönlich kein Problem damit, dann macht mal das, vorausgesetzt die machen hier mit. So. Und. Okay, das hat er anscheinend gefressen gehabt. Gut, dann starten wir mal. Aber erst morgen wieder. Ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis morgen. Ciao. Ohne X. Motherfuck. Alles. Swiss. Allne. fourteen. Tom.